Vielleicht habt ihr euch gerade in euren Lieblingsohren-Sessel gesetzt, um jetzt diesem Podcast zu lauschen. Vielleicht sitzt ihr aber auch im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder in der Straßenbahn und wisst, wie ihr die 29 Minuten, 59 Sekunden zur Arbeit am besten überbrücken könnt, nämlich mit diesem Podcast. Vielleicht aber auch hört ihr gerade zufällig die nächste halbe Stunde dieses Programm, denn der Podcast wird ja auch im Radio ausgestrahlt. Egal wie und egal warum, herzlich willkommen in der neuesten Folge. Hallo lieber Carsten Penz. Über was sprechen wir heute? Um was geht es heute? Erstmal möchte ich dich auch begrüßen. Hallo lieber Jan Zipperer. Hallo. Wir reden über das Heiraten. Okay, also du sprichst über das Heiraten? Wir, wir. Wir reden über das Heiraten. Okay, alles klar. Und ich möchte, ich möchte euch alle schon mal vorwarnen, das wird kein schöner Podcast, zumindest habe ich ein Thema dabei, das ist unschön, aber wir müssen drüber sprechen. Es geht um eine Ameisenplage, noch nie gesehenen Ausmaß im Neue-Welle-Sendegebiet, in unserer Region. Gab es da nicht mal auch diesen Horrorfilm? Also in die Richtung geht es. Gab es nicht so einen Horrorfilm? Es geht wirklich in diese Richtung. Es gab doch mal so Tarantula, also Arachenhochroge oder so. Und dann gab es auch mal so einen Ant-Film, so über Killer-Ameisen. Nein, 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 Ant-Man, kenne ich. Muss ich googeln, ja, du willst nur wieder Quatsch machen, ich will es jetzt wissen. Ich weiß es nicht, es gibt bestimmte Ameisen-Horror-Filme, natürlich. Ameisen-Horror-Filme. Ja, aber Arachnophobia oder wie auch immer man das ausspricht, das war eine Spinne, glaube ich. Das weiß ich auch, aber hier Ant heißt einfach Ant und ist so ein geiler Trash-Horror-Film. Ja, in die Richtung geht auch meine Geschichte hier gleich, nicht schön. Ja, lass uns dann vorher vielleicht über was Angenehmes reden, übers Heiraten. Ja, bitte. Ja, es gibt was ganz Besonderes und zwar im September, ich sag's aber jetzt schon, weil damit der Heiratsantrag und alles irgendwie schon gemacht werden kann, in Ludwigshafen, in Ludwigshafen, im wunderschönen Ludwigshafen, nein, da können jetzt Kurzentschlossene den ganzen September über spontan heiraten, ja, also Anmeldung und Feier dauern zusammen alles eine halbe Stunde, es ist so ein bisschen so das, was man eigentlich so aus Las Vegas vielleicht kennt, dieses ich hab heute Lust zu heiraten, lass uns das mal machen und dann gehst du da einfach hin und die Ringe gibt's auch schon dort und zwar aus einem Kaugummi-Automaten, also du musst also wirklich nichts selber machen, du kannst also wirklich so deine Partybekanntschaft, mit der du einen guten Abend hattest, kannst du jetzt in Ludwigshafen direkt am nächsten Tag heiraten. Ja, Moment, ich habe Fragen, aber das ist jetzt, wer kommt denn, wer macht das denn, wer bietet das spontane Heiraten denn an, eine Kirche oder das Standesamt? Ja, das ist die Ludwigshafener protestantische Melanchthon-Kirche, ja, da will man jetzt ganz spontan sein und bietet diesen Heiratsservice an. Ähm, man sagt, uns ist wichtig, dass Paare auch dann gesegnet werden können, wenn eine standesamtliche Trauung rechtlich nicht möglich ist, oh, guck mal, sagt die Pfarrerin Susanne Schramm, das bedeutet, man muss eben nicht Mitglied in irgendeiner Kirche sein oder so, man kann einfach sagen, ähm, ich will das machen und Feuer frei. Okay, also das ist also ein, es geht nur um den geistigen, geistlichen, wie heißt das, geistlichen Segen, äh, um das Kirchliche an der Hochzeit. Das ist jetzt nicht vom Finanzamt, ähm, äh, doch, 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 ich glaube schon, also ich denke schon, dass das rechtlich auch bindend ist. Ja, ja, aber die kirchliche Hochzeit ist ja, glaube ich, rechtlich nicht bindend, oder? Also, wann rutsche ich denn in die andere Steuerklasse, wenn ich vom Standesamt geheiratet habe? Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich musst du das dann auch noch machen. Weil das Rathaus in Ludwigshafen wird ja gerade abgerissen, ich wüsste gar nicht, wo das Standesamt ist, aber es wäre auch eine coole Idee, das rechtlich bindend zu machen. Das wäre doch super, wenn man sich da zusammentun würde und man kommt nach Ludwigshafen und kann da sowohl das eine als auch das andere. Ich stelle mir das dann so vor, du gehst halt erst in die Kirche rein, heiratest da, draußen ist dann so ein Büroschreibtisch aufgebaut mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter und dann gibt es den Stempel, zack, und dann gehst du heim und warst das. Wie ist das denn in Las Vegas? Schnell noch zu McDonalds, bevor du heimfährst und dann fertig. Ja, natürlich, muss ja auch was gegessen werden. Muss ja auch was gegessen werden, richtig? Schönes Happy Meal? In Las Vegas ist auch nur die kirchliche Trauung, oder ist das dann rechtlich bindend? Ich glaube, weil das amerikanische Recht ist, brauchst du es hier nur umschreiben lassen und dann hat es sofort eine Rechtsgültigkeit. Keine Ahnung. Okay, ja, spannende Geschichte. Das ganze September gilt das. Ja. Und? Machst du? Nee. Du? Nee. Nee, mach ich nicht, aber vielleicht ja jemand hier aus dem Podcast. Ich meine, in Ludwigshafen, ja, ist ja, wir haben ja schon oft über diese wunderschöne Stadt in der Pfalz, die Perle der Pfalz, schon oft darüber gesprochen und gut, dass man da jetzt auch noch heiraten kann, aber man muss ja, man wird ja nicht gezwungen, man muss es ja nicht tun. So, ich möchte mit dir über eine Ameisenplage sprechen. Ich habe es schon groß angeteasert am Anfang und zwar die Ameisengattung Tapinoma Magnum ist aus dem, ja, Magnum, das klingt schon ziemlich groß und ziemlich fies. Ich muss sofort ans Eis denken. Ja, das auch. Kommt aus, sie ist so groß wie ein Eis, wie so ein Magnum-Eis, deswegen heißt sie, sie ist so groß. Nee, Quatsch. Aber die kommt aus dem Mittelmeerraum, ist eingeschleppt worden, über Frankreich zu uns gekommen oder auch über Pflanzen aus Italien und macht sich gerade in Kehl breit. Und man spricht hier von sogenannten Superkolonien oder Superzellen, die sich wirklich in Kehl mittlerweile ausbreiten. Das kann man schon gar nicht mehr messen. Die haben mehrere Hektar Land eingenommen, die vermehren sich ohne Ende, die bilden zig riesige Nester. Und das Krasse bei dieser speziellen Ameisengattung Tapinoma Magnum ist, dass wenn sie angegriffen werden, dann tun sich die verschiedenen Nester zusammen, um sich zu verteidigen. Und das macht es wahnsinnig schwer, das irgendwie zu kontrollieren. Also man hat da schon Experten aus Darmstadt kommen lassen, die ja irgendwie mit Spezialwerkzeug und Spezialchemie da versucht haben, die Sache zu entschärfen. Aber funktioniert nicht. Man kann das Ganze nicht eindämmen. Die vermehren sich explosionsartig und haben schon Internetkabel durchgefressen und ganze Spielplätze zerlegt. Also diese Ameise ist wirklich richtig, richtig heavy. Und es ist so, dass man da schon beim Ministerium angefragt hat, bei der Bundesregierung, hallo, wir brauchen hier Hilfe. Die sagen aber, nö, das ist jetzt noch nicht so schlimm. Wir sehen da keine Gefährdung des Ökosystems. Und solange wir keine Gefährdung des Ökosystems sehen, brauchen wir da auch nichts zu machen. Aber die Kehler stehen wirklich vor einem Problem. Und es gibt auch einige Ameisenexperten, die sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt, ist das nicht mehr kontrollierbar. Du kannst es nur bis zu einer gewissen Größe noch irgendwie bekämpfen. Gott, das klingt wie aus einem Horrorfilm. Es klingt wie aus einem Horrorfilm. Also das ist so, weißt du, so, das ist so, in meinem Kopf ist jetzt, wir müssen Tornados schicken, die die Fläche bombardieren. Will Smith muss mit einer Zigarre im Tornado sitzen und Kiel. Kiel, oh Gott. Ich wollte es nicht ausreden. Ja, aber wirklich, ey, das klingt ja schrecklich. Pass auf, in Budapest hat man 20 Jahre gebraucht. Gibt es Budapest noch? Ja, hat man 20 Jahre gebraucht. Aber was meinst du, warum Budapest Pest heißt? In der Ameisenpest. Hat man 20 Jahre gebraucht, bis man das Problem kontrollieren konnte. Und tatsächlich hat man da auch mit Parasiten gearbeitet. Also man hat ein anderes Insekt irgendwie eingeschleppt, das diese Ameisen eben lahmlegen konnte. Aber das ist doch gut. Da würde ich doch jetzt mal in Budapest anrufen und würde mal fragen, Dobre Dien, wie sieht es denn aus, Freunde? Oh, der Herr spricht ja fließend Ungarisch. Das war zwar Russisch, aber egal. Aber gibt es da nicht was? Können wir uns das nicht mal ausleihen? Ja, sollte man wirklich mal machen in Kiel. Also es ist wirklich, mir hat es ein bisschen die Sprache verschlagen. Das ist wirklich gruselig. Als ich das gelesen habe. Vor allem diese kleinen Viecher irgendwie. Die Noma Magnum. Ich meine, einzeln sind die ja nix. Aber wenn die dann so in Millionen, Milliarden da auftauchen, dann ist es einfach vorbei. Immer schon. Ich weiß noch, als Kind, wenn da mal das Marmeladenbrot im Schulranzen länger geblieben ist und sich dann so eine Ameisenstraße da durch die ganze Wohnung gebildet hat. Oh Gott, dann lag der Schulranzen aber auch lange da. Das hat mich schon immer verschreckt, muss ich sagen. Also hatte das auch mal bei mir auf dem Balkon im dritten Stock irgendwie Ameisen. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind. Und also war echt komisches, komisches Viech. Ich habe auch so eine Kindheitserinnerung, wenn wir in Brandenburg Urlaub gemacht haben, in so Fichtenwäldern oder so, dann gab es auch immer so, wo die Nadeln dann so zu Haufen waren. Und von Weitem sah das aus wie ein Nadelhaufen halt. Aber wenn du dich da rangekommen bist, waren das auch so Ameisennester und es würselte und wirbelte dort. Und das war auch, boah, bis man auch direkt wieder weggegangen ist. Also müssen wir den Kehlern wirklich die Daumen drücken, dass sie das schnellstmöglich in den Griff bekommen. Nicht, dass wir das Problem auch noch haben. Wir haben schon genug Probleme. Wir wollen das nicht auch noch. Ja, vielleicht müssen wir auch schon Sprengsätze an die Rheinbrücke anbringen, weißt du? Der Rhein schützt uns dann. Ja, aber die Franzosen, nein, also Kehl liegt schon auf unserer Seite. Ach so, scheiße. Dann müssen wir schnell rüber noch, bevor wir sie sprengen. Aber krass, ey. Ja, krasse Meldung. Dass die sogar irgendwie ganze Spielplätze zersetzen, ey. Internetkabel. Die legen unsere komplette Zivilisation. Ja, so machen sie es nämlich. Weißt du, dann können wir uns nicht mehr absprechen. Achtung, sie kommen und dann stehen sie schon vor der Tür. Ja, clever. Mit ihren kleinen Ameisenbeinchen. Vielleicht wird das der Endgegner, wer weiß es. Ja, alle setzen auf Trump, weißt du? Aber nee, stattdessen in Kehl hat es angefangen mit Tobinambua, der Ameise da, oder wie die heißt. Tapinoma Magnum. Dass die schon Magnum heißt, oh Gott, ich will es gar nicht sehen. Sollen wir jemanden anrufen? Sollen wir mal unser Glück probieren, ob wir das schaffen, jemanden hier in unseren Podcast unfreiwilligerweise zu ziehen. Wie wir das seit fünf Jahren so machen und immer wieder wunderbare, schöne Gespräche dabei entstehen. Letzte Woche Dagmar, super Dagmar. Ist das schon wieder letzte Woche gewesen? Ist das schon wieder so lange her? Haben wir viel Lob gekommen für Dagmar. Also was heißt viel? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hier ist die neue Welle, der Jan und Carsten sind dran. Hallo. Jawohl. Hallo, ich bin der Herr Herrmann. Hallo Herr Herrmann. Wir zeichnen gerade unseren Podcast auf. Okay. Und da rufen wir immer den an, der uns als letztes eine Nachricht geschickt hat und das bist du. Und wir würden dich gerne auch so ein bisschen interviewen, was du so machst, wie es dir so geht, wo gerade der Schuh drückt oder was dich gerade freut. Allerdings müsstest du uns dafür das Einverständnis geben, dass wir das veröffentlichen dürfen. Ja gut, also normalerweise braucht man es nicht veröffentlichen, so ist es nicht. Aber wenn sie es unbedingt wollen, dann... Also ist das ein Ja oder Nein, lieber Herr Herrmann? Ja, sagen wir lieber nicht. Alles klar, dann habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, tschüss. Witzig. Ja, so kann es auch sein. Warum denn nicht? So ist das nun mal, wenn wir da einfach Leute anrufen. Das hat ein Blitzer gemacht. Ich meine, guck mal, immerhin sind wir so nett und fragen die noch vorher. Andere machen das nicht. Das müssen wir auch. Das ist toll, dann können wir noch über viele weitere Themen sprechen. Ich bin hier bestens vorbereitet. Du hast noch was? Ja. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was. Ja, dann bitte. Aber das können wir auch kurz machen. Hast du gewusst, dass in Stuttgart dieses Jahr die Grill-Weltmeisterschaft stattfindet? Nein. Ja, das gibt es in Stuttgart. Also ich wusste noch nicht mal, dass es eine Grill-Weltmeisterschaft gibt. Natürlich, es gibt ja mittlerweile für alles eine Weltmeisterschaft, oder? Also und jetzt eben auch in Stuttgart die Grill-Weltmeisterschaft. Und zwar für alle, die es interessiert, am 28.07., also Ende des Monats in diesem Jahr, wird, und es kommen, es ist wirklich, also ich habe mal geguckt, es ist keine so Spaßveranstaltung. Ja, manchmal gibt es ja so kleine Feste, die dann sagen, das ist die Weltmeisterschaft im DART. Und dann kommen irgendwie von zwei Dörfern weiter Leute. Nein, es kommen also wirklich aus Paraguay, aus Belgien, aus Brasilien, Südafrika, Dänemark, Mexiko, Costa Rica, aus 23 Ländern unseres wunderschönen Planetens kommen also Menschen hierher, deren Hobby und vielleicht auch sogar Beruf ist, ist das Grillen, das professionelle Grillen. Wichtigste Frage, weißt du, wie der Grill-Experte heißt, den wir immer in den Nachrichten mit dabei haben? Ja. Der Grill-Experte Heiko Brat. Ach, ja. Da freue ich mich immer, wenn der zu hören ist. Heiko Brat hat auch wirklich immer tolle Tipps. Und ist der denn auch dabei? Kannst du sehen, wer die deutschen Vertreter sind? Ja, ich habe es sehen können, aber die haben alle so lustige Namen. Das sind so Teams auch. Die treten ja gar nicht einzeln an, sondern die treten in Teams an. Ich wollte nur mal sagen, also neben dieser Grill-Weltmeisterschaft gibt es natürlich auch für alle Normalos irgendwie eine Menge zu sehen. Es gibt irgendwie Musik, es gibt irgendwie so Festival-Feeling, es gibt auch eine Grill-Ausstellung, falls ihr euch da einen neuen Grill holen wollt. Auf jeden Fall, aber Samstag, Sonntag sind die Finaltage und der erste Gang, den also unsere Weltmeister-Aspiranten ablegen müssen, ist Hühnchen mit Beilage. Das wissen die jetzt schon? Ja, das wissen die jetzt schon, das steht schon fest. Der zweite Gang ist Schwein ohne Knochen mit Beilage und der dritte Gang, das wird dich freuen, vegetarisch süß oder salzig. Ach ja, schön. Kann man ja auch auf dem Grill machen. Auch an die Vegetarier wird gedacht. Am Sonntag ist es dann Fisch, dann kommt nochmal Schwein und dann kommt nochmal Rind. Es gibt also insgesamt sechs Gänge, die dann von einer Fachjury bewertet werden. Da spielt es natürlich auch eine Rolle, wie das aussieht, wie das duftet, wie das angemacht wurde. Ob es vielleicht noch eine schöne Geschichte dazu gibt und dann natürlich, wie es schmeckt. Ist ja klar. Wie ist das, also ich als Vegetarier, natürlich, es gibt da, in der Natur der Sache liegt da eben etwas, dass mich das nicht ganz so anzieht. Aber wie ist es denn bei dir? Ich weiß ja, dass Grillen in Deutschland also mit das Wichtigste ist. Also es gibt ja nichts, was mehr abgefeiert wird als angrillen und wer im Dezember noch nicht gegrillt hat, der hat keine Ahnung und Grillen ist ja wohl wirklich das Aller, Allerwichtigste. Wie ist das denn für dich? Ja, also ich habe ja keinen Garten, in dem ich so regelmäßig grillen kann. Wahrscheinlich hätte ich einen, würde ich das häufiger machen. Ich glaube schon, dass du so ein geiler Grilltyp bist. Also wenn gegrillt wird, stehe ich meistens am Grill. Absolut. Auch bei Freunden, also bei Freunden. Ja, ich mache das gerne. Bei fremden Leuten auch. Ja, bei fremden Leuten klingle ich einfach an der Tür. Ich sage, ich habe gesehen oder gerochen, lass mich mal. Und aber oberkörperfrei oder so, hast du so eine eigene Schürze? Nee, ich habe so, genau. Kiste Kuk oder sowas? Nee, habe ich nicht. Kiste Karsten? Nein, sowas habe ich nicht. Aber ich grille wirklich gerne und ich finde es halt auch immer wieder faszinierend, was man alles so mit dem Grill machen kann. Also ich meine, Steak rauffauen und noch irgendwie so ein bisschen anderes Gedöns, das war ja gestern. Das ist ja mittlerweile, so wie du auch schon sagst, der Herr Brat mit seinen Grilltipps, da gehen ja mittlerweile ganz andere Sachen. Und ein bisschen versucht bin ich schon, mir das anzugucken dort. Ich merke das. Okay, was passiert hier jetzt? Ist das unser Alarm oder ist das von gegenüber? Ja, es muss der Alarm von gegenüber sein. Wäre auch mal schön. Da wäre das erste Mal der Podcast nach 15 Minuten vorbei beim Weltfeuer. Da haben wir uns noch nie drüber Gedanken gemacht. Was ist, wenn jedes Haus evakuiert wird? Ja, ich glaube, es würde uns was einfallen, da kurz auf Pause zu drücken. Ich muss es schnell abspeichern. So einfach ist das nicht, wie du dir das denkst. Okay. Nee, okay. Also das kann ich mir sehr gut. Ich kann mir dich sehr gut als Grillmeister vorstellen. Ja. Und dass es dich ein bisschen juckt, da hinzugehen. Oder wie es in der Pensypedia steht, zackt, da hinzugehen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber wahrscheinlich ohne dich dann, ne? Du bist ja raus, ne? Nee, mich würde es absolut überhaupt nicht interessieren. Wobei man muss ja sagen, auch als Vegetarier. Ich meine, ich habe ja früher auch mal Fleisch gegessen, 1995. Und ich muss schon sagen, letztens saß ich wieder irgendwo und da wurde gegrillt. Es riecht schon lecker. Also es riecht schon wirklich sehr, sehr lecker, wenn das Fett da runter tropft und dann diese Geruchsformen vertreten. Aber das ist schön, dass du das so sagst. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Dadurch, dass ich ja keine Milch vertrage. Nee, pass auf. Dadurch, dass ich keine Milch vertrage, bestelle ich oft einen veganen Burger. Weil ich mir dann einfach sicher sein kann, dass da keine Milchprodukte verarbeitet wurden. Weil ganz oft wissen die nicht, was in ihren Soßen oder irgendwas drin ist in den anderen Burgern. Dann stehen sie immer da und dann weiß ich nicht, ist da Milch drin? Dann muss man den Koch fragen. Und das nervt mich schon. Und dann habe ich letztens wieder hier in Karlsruhe auf der Kaiserstraße bei einem Burgerladen einen veganen Burger bestellt. Und muss sagen, lecker. Und ich habe ja den direkten Vergleich. Also ich esse ja auch Burger mit Fleisch, wenn ich mir sicher sein kann. Und die Unterschiede sind kaum noch spürbar. Aber im Geruch ist noch ein Unterschied. So ein veganer Burger auf dem Grill riecht nicht so geil wie ein Fleischburger. Ja, das kann ich gar nicht so sagen. Ich esse den einfach nur. Ich rieche da kaum dran. Okay. Ja, also das Geruchstechnisch. Ansonsten bin ich mit dir völlig einer Meinung geschmackstechnisch. Ich vermisse da nichts. Aber jeder, jeder wie er bockt. Was hast du noch Schönes? Du hast ja gesagt, du hast die pickepackevolle Themen. Ja, ich bin pickepackevoll heute. Und zwar möchte ich mit dir noch über eine Geschichte reden, die ein bisschen untergegangen ist. Und ich finde, wir sollten da im Radio öfter drüber sprechen, weil das doch ein krasser Einschnitt werden wird im August. Das ist aber der ernste Jan Zipperer, den ich gerade höre. Ja, heute ist der ernste Jan Zipperer. Also wir sprechen seit über einem Jahr über diese Riedbahnsperrung, die seit dieser Woche aktiv ist. Das hast du mitbekommen, Riedbahn, das ist der Streckenabschnitt der Deutschen Bahn Mannheim-Frankfurt. Und das ist auch für unsere Region, fürs Neue Welle Sendegebiet von Relevanz, weil ja vielleicht viele von Karlsruhe gerne mit dem ICE zum Frankfurter Flughafen fahren jetzt in der Ferienzeit. Oder auch zurück vom Frankfurter Flughafen wieder nach Karlsruhe. Und da muss man tatsächlich einiges beachten, weil das ist so einfach nicht mehr möglich durch die Riedbahnsperrung. Ja. Aber darüber haben wir wirklich schon ausführlich gesprochen. Ihr wisst bestimmt alle, dass da 150 Busse unterwegs sind und da super Ersatzverkehr bilden. Und ihr wisst bestimmt auch alle, dass das am Montag direkt nach der EM losgegangen ist und bis zum 14. Dezember dauert. Das wurde wirklich breit getreten und oft besprochen. Auch bei mir in der Sendung bin ich auch schuldig daran. Ist aber auch gut, dass man darüber spricht. Was aber gar nicht besprochen wurde, ist, dass vom 10. bis zum 30. August auch der Streckenabschnitt zwischen Rastatt und Baden-Baden gesperrt wird. Also für die Bahn, für den Fernverkehr und auch für den Regionalverkehr. Und das ist dann schon richtig heavy. Ich habe mal geschaut, wenn du von Offenburg zum Frankfurter Flughafen fahren willst mit dem ICE, dann dauert das normalerweise eine Stunde 40 Minuten. Das ist eigentlich ein super Start in den Urlaub, weil du kannst ja schließlich von Frankfurt dann überall aus hinfliegen. Im August zwischen dem 10. und dem 30. August würde die Fahrt mit dem Zug von Offenburg nach Frankfurt an den Flughafen aber drei Stunden und 40 Minuten dauern. Boah, zwei Stunden länger. Weil du musst dann halt erst nach Baden-Baden fahren, das geht von Offenburg mit dem ICE, dann musst du in die S-Bahn umsteigen bis nach Karlsruhe tuckern. Dann von dort kannst du mit dem ICE nach Mannheim fahren. Nein, hör doch auf. Und dann musst du in Mannheim wieder raus und fährst dann mit dem Bus bis zum Flughafen. Und jetzt stell dir mal vor, vierköpfige Familie, der Kleinste noch oder die Kleinste noch in so einem Rollwagen, weißt du, den du immer auf- und zuklappen musst irgendwie, vier Koffer, Familienurlaub, ey, das geht ja gar nicht. Also ich weiß nicht, wer das geplant hat, das ist auf jeden Fall jemand, der möchte, dass die Menschen mehr Auto fahren. Ja gut, aber dafür ist ja die Baustelle Bühl-Rastadt wieder freigegeben worden. Ja genau, die ist seit dieser Woche weg. Genau, also oder irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat letzt gesagt, er vermutet, dass der Chef der Deutschen Bahn gleichzeitig auch der Chef von Ryanair ist, weil die Bahn halt so scheiße fährt, dass die Leute dann doch eher auf die Flüge umsteigen. Zwei Sachen sind dann mir dazu in den Kopf gekommen. Das erste ist, wahrscheinlich müsste man es aber wirklich mal so machen, dass man einfach mal drei Jahre gar keine Bahn anbietet, weil das ganze marode Streckennetz ja sowieso saniert werden muss. Und das zweite ist, was ich mich immer gefragt habe, warum heißt dieser Streckenabschnitt Riedbahn? Das klingt für mich, der hier nicht herkommt, wie als wäre das so eine Bimmelbahn, die auf dem Turmberg fährt. Die Riedbahn, ach, da habe ich noch Kindheitserinnerung, die haben noch Holzsitze von früher. Ach, die Riedbahn, wie schön, 8,50 Euro kostet jetzt der Eintritt? Oh, ich weiß nicht. Oh, wir haben mit der Familie früher und gibt es da noch dieses Ausflugslokal? So klingt die Riedbahn für mich und nicht für eine der meistbefahrenen Streckenabschnitte Europas. Ja, du sagst es, genau so ist es. Ja, warum das so heißt, ich glaube, man nennt das Gebiet, ist das nicht die Ried oder teilweise, wo das, hier gibt es ja den Hart und dann kommt, glaube ich, die Ried. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es geguckt. Du hast es geguckt? Der Name Riedbahn bezieht sich auf das hessische Ried. Ja. Ja, so wie du gesagt hast, ein Teil der oberrheinischen Tiefebene. Die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt wurde 1900 gebaut und deswegen heißt es Riedbahn. Und ist es das Ried oder die Ried? Es ist Teil der oberrheinischen Tiefebene und bezieht sich auf das hessische Ried. Alles klar. Okay, das Ried, die Ried. Ich habe die Ried gedacht. Okay, also ich will auch nochmal ganz kurz sagen, das soll kein dummes Bahnbashing sein, weil du sagst es, es ist die meistbefahrende Strecke Europas. Das muss gemacht werden und danach soll es ja, soll sich ja schon eine merkliche Verbesserung einstellen. Aber dass man dann halt auch diesen Tunnelbau zwischen Baden-Baden und Rastatt genau in diesem Zeitraum dann auch nochmal vorantreibt, weiß ich nicht, ob das dringend notwendig ist. Ich weiß, ich verstehe auch nie, warum man das in den Ferien macht, aber wahrscheinlich ist es besser, in den Ferien zu machen, weil dann doch weniger los ist, als eben in der Nicht-Ferienzeit. Ja, weil wenn man vielleicht in der Ferienzeit, wenn man jetzt trotzdem zum Flughafen will, man hat ja frei, man kann sich ja sozusagen organisieren, die Mehrzeit einplanen, bei der Arbeit geht es nicht. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch schlimmer werden. Ich glaube, dass tatsächlich durch diesen langen Investitionsstau in das Streckennetz der Deutschen Bahn das häufiger vorkommen wird. Das ist ja so geplant. Dass solche Sachen extrem zunehmen werden. Bis 2030 will die Bahn das eben so machen, dass sie immer wieder so krasse Streckensperrungen macht. Es ist ja momentan, jetzt wenn die Riedbahn gesperrt ist, ist ja auch der Streckenabschnitt Berlin-Hamburg gesperrt. Da passiert auch was, da wird auch gebaut, nicht ganz so lange. Und es gibt noch einige andere Streckenabschnitte. Wenn ihr mit der Bahn unterwegs seid, solltet ihr auf jeden Fall weit vor Antritt eurer Reise auf jeden Fall gucken, wie ihr fahren könnt. Denn es wird garantiert in diesem Jahr nicht mehr so funktionieren, wie letztes Jahr zum Frankfurter Flughafen. Ich habe noch was. Und zwar, das LKA warnt oder wendet sich gerade an Hochschulen, weil, und jetzt müssen wir mal wieder eine alte Tradition unseres beliebten Podcasts hier rausholen, weil nämlich es wieder vermehrt zu Trickbetrügern kommt. Und zwar die Abzocke an Studenten, die sich also wirklich extra um Studenten kümmert, die nimmt wieder zu, steigt rasant. Und die Polizei oder das LKA beobachtet das jetzt seit ein paar Monaten. Und es geht auch wieder darum, weil das künftige Semester ja dann startet im Herbst und jetzt gerade wieder junge Menschen auf der Suche sind nach Wohnraum. In den Städten, in den Studiestädten. Und Wohnraum ist knapp. So, und da gibt es eine ganz perfise Masche jetzt, mit denen dort Abzocker irgendwie die Studenten und deren Familien um Geld bringen. Und zwar sind das dann Wohnungen, die im Internet, auf den Plattformen auch ganz normal, wo auch ganz viele seriöse und normale Leute reinstellen, da wird Wohnraum angeboten, zu doch recht günstigen Preisen. Ja, und dann nimmst du zu denen Kontakt auf, schreibst denen und sagst so und so und so und so. Und dann sagen die, ja, ist gar kein Problem, super, dass sie sich melden, freut mich, dass wir da jemanden glücklich machen können. Überweisen sie doch einfach mal die Kaution und dann schicken wir denen den Schlüssel per Post zu. Und wenn du dann sagst, das finde ich jetzt aber ziemlich komisch, muss ich sagen, ich würde ganz gerne mir vielleicht nochmal das alles anschauen und so, dann sind die natürlich wieder verbal so geschult, dass die dich da einlullen und irgendwas machen und vielleicht telefonieren die auch ganz nett mit dir und so weiter. Und es ist jetzt so, dass schon viele wieder drauf reingefallen sind, also, weiß ich nicht, vierstellige Summen da überweisen und dann natürlich am Ende des Tages gar keinen Schlüssel bekommen. Die Wohnung ist meistens von irgendwelchen Leuten bewohnt, also es gab es wohl auch schon, dass dann irgendwie abgezockte Studenten dann klingeln, also zu der Wohnung gehen, weil meistens die Adresse ja drin steht und da wohnt dann irgendwie die Familie Müller schon seit 20 Jahren drin und die wissen von gar nichts. Und ja, und das passiert jetzt wieder vermehrt und deswegen, Leute, lasst euch nicht abzocken. Ja, ihr müsst, das LKA sagt auch nochmal, niemals eine Vorauszahlung leisten, eine Kursion sollte immer erst bezahlt werden, wenn man die Wohnung auch wirklich gesehen hat und auch wenn der Mietvertrag unterschrieben ist, also wenn du was Rechtliches in der Hand hast und am besten auch nochmal ein persönliches Treffen. Kommt das nicht zustande, nichts machen. Und da ist es auch wieder so die Sache, das ist natürlich die jungen Menschen, die wollen Wohnraum haben, es gibt gerade total wenig und dann sagen sie, ach komm, ich gehe das Risiko ein, vielleicht habe ich ja Glück. Klar, vor allen Dingen, wenn du raus musst aus deiner alten Wohnung, da einen gewissen Druck verspürst, schon gekündigt hast vielleicht und damit du dich nur noch doppelt bezahlst und dann zack bist du. Da greifen so ganz viele psychologische Maschen irgendwie, also Leute, lasst euch da nicht abzocken. Sagt's, ich meine, uns hören ja glaube ich doch ein bisschen eher Menschen, die jetzt nicht studieren oder einen Wohnraum für Studium suchen, sagt's aber euren Kindern. Ja, sagt's euren Kindern, weil bedenkt, wenn da was schief läuft, dann kommen die wieder zu euch zurück. Ja, dann läuft die Waschmaschine wieder neunmal die Woche. Und der Kühlschrank ist leer. Ganz kleine Geschichte noch von mir zum Schluss. Als damals bekannt wurde, dass ACDC auf dem Hockenheimring spielen, habe ich gesagt, na, ich weiß nicht, ob ich da hingehen würde, weil es immer so ein riesen Verkehrschaos gibt auf dem Hockenheimring, vor allen Dingen bei der Abreise. Sie spielen ja heute Abend, während wir das aufzeichnen, also heute am Mittwoch zeichnen wir das auf, sie spielen aber noch nicht jetzt um halb eins, sondern heute Abend spielen sie, also am Mittwochabend spielen sie in Stuttgart auf dem Cannstatter Vasen. Am Samstag haben sie in Hockenheim gespielt und ich habe gesagt, ich würde lieber vielleicht nach Stuttgart gehen, weil ich glaube, da wird das Verkehrschaos nicht so groß. Und jetzt waren sie am Samstag auf dem Hockenheimring, 100.000 Menschen waren da, dementsprechend wahrscheinlich auch 40.000 Autos, schätze ich jetzt mal. Und es gab ein riesen Verkehrschaos. Und da muss ich auch mal ganz kurz die Veranstalter in Schutz nehmen. Ich habe das nämlich so ein bisschen verfolgt auf Facebook und Instagram, so die Kommentare und auch die Beschwerden. Also wenn man eben auf ein Konzert geht, wo 100.000 Menschen da sind, die ja zu unterschiedlichen Zeiten anreisen, manche kommen früher, manche wollen die Vorband sehen, andere nicht und andere kommen nochmal früher, weil sie den Verkehrsstau umgehen wollen. Abreisen tun aber alle zur gleichen Zeit, nämlich nach der letzten Zugabe. War glaube ich for those about to rock. Und die wollen dann alle zur gleichen Zeit halt gehen, wollen dann alle zur gleichen Zeit runter von ihren Parkplätzen. Und dann dauert das eben, das ist dann klar, bis so eine Menge an Autos eben dann da wegfährt. Das geht nicht innerhalb von einer Viertelstunde, sondern teilweise haben die Leute drei Stunden auf ihren Parkplätzen gewartet. Drei Stunden, wo dann einfach nichts passiert. Ramona hat gerade genießt. Genau. Also das dauert natürlich eine Zeit, bis die Leute dann abgefahren sind. Aber das Problem war, dass es da noch zwei Unfälle gab auf den Bundesstraßen, die von den Parkplätzen eben zur Autobahn führten. Und dann war der Verkehr da nur noch einspurig möglich. Und das kannst du dann halt auch im Vorfeld... Ramona, geht's dir gut? Möchtest du ein Wasser haben? Ich hab hier ein Wasser stehen. Nimm dir mal ein Schluck. Kannst du dir das rüberreichen? Ja. Ich hab auch glaube ich noch gar nicht draus getrunken. Du kannst... Ist jetzt deins. Also ich wollte nur mal sagen, da kam auch ein bisschen Pech mit dazu für die Veranstalter, dass dann ausgerechnet noch zwei Unfälle passieren. Aber natürlich dauert es eine Weile, bis eben so viele Menschen, 100.000, das waren so viele wie lange nicht mehr auf dem Hockenheimring. Die hatten aber noch ein bisschen Pech dazu. Also es haben wohl auch die Geldautomaten auf dem Gelände nicht funktioniert. Sag mal. Und Kartenzahlung war auch nicht möglich. Ach du Scheibe. Oh nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Da ist auch das Netz zusammengebrochen. Oh Mann. Man braucht da auf jeden Fall seine Kreditkarte, denn der halbe Liter Bier kostet 7,50 Euro. Ja. Und ein Caipirinha hätte 35 Euro. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was ist denn das für ein Caipi, sag mal. Ja, ACDC. Heute Abend in Stuttgart. Bin gespannt, wie es da läuft, ob es da ein großes Verkehrschaos gibt. Irgendwie glaube ich ja bei so einem Event in der Stadt, wo die Leute eben eher mit der Bahn fahren, anstatt mit dem eigenen Auto, müsste das etwas schneller gehen. Ich war mal Cannstatter Wasen, habe ich mal gemacht. Da war irgendein Festival. Da bin ich ganz gut wieder rausgekommen. Ich glaube, dass das gut funktioniert. Ja, Leute. Das war ein pickepackevoller 29,59 Podcast oder eine pickepackevolle 29,59 Radioshow. Donnerstagsabends und sonntagsabends sind wir ab 20 Uhr bei uns im Programm. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Nicht-Wegschalten. Und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich glaube, ja. Ja. Urlaub ist noch ein bisschen Zeit. Urlaub machen wir ja nicht. Wir senden durch. Doch, ich mache Urlaub. Ja, aber wir senden trotzdem durch. Aber dazu später mehr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.